Der Bitcoin-Kurs kämpft gegen die 48.000-Dollar-Marke, was uns da erwartet, plus die Wahrheit über NFTs. Warum der ganze Hype und wo ist die Zukunft? Ein wirklich must-see-Video für jeden von euch, egal wie erfahren im Bereich NFTs. Das solltet ihr euch auf jeden Fall heute mal anschauen, aus der Sichtweise eines Experten. All das in der heutigen Folge CryptoNews. Falls du noch auf dem Kanal bist, lass gerne ein Abo da, denn hier findest du jeden Tag alles rund um das Themengebiet Kryptowährung. Und dann würde ich sagen, let's do this! Also liebe Freunde, wie gesagt, heute mal ein Spezialvideo in der Form. Es ist zwar CryptoNews, wir kommen auch zu meiner persönlichen Kursprognose plus Einschätzung zum Markt und meinen Preiszielen beim Bitcoin ganz am Ende. Aber es geht hier hauptsächlich heute um NFTs, denn es geht um die Sichtweise eines Spezialisten, eines Profis, einem NFT-Investor, der über 1200 NFTs besitzt. Das ist sein Name, sein Avatar 6529 heißt er. Warum? Weil er den Punk, CryptoPunk 6529 besitzt und den auch als sein Profilbild hat. Vermutlich sieht er sich selber darin. Das ist jemand, der besitzt wirklich NFTs im Wert von Millionen. Hier gelistet von oben nach unten. Er besitzt beispielsweise ein Fidenza. Das hat er zuletzt für 1000 Ethereum gekauft, sprich ungefähr 4 Millionen Dollar. Das Ding ist aber mittlerweile deutlich mehr wert. Und ihr seht, davon hat er, also von den High-Price-NFTs, hat er noch einige weitere hier. Chrome Squiggle, ganz viele davon. 500 Ethereum gekauft, auch wieder ein paar Millionen. Also sein NFT-Portfolio, da ist der CryptoPunk wirklich nicht der wertvollste. Das ist so voll mit NFTs, mit wertvollen NFTs, dass die Meinung von so einer Person und die Sichtweise, warum man so viele Millionen, weil dieses NFT-Portfolio wird mehrere, 10, 20, 40, wahrscheinlich sogar über 50 Millionen Dollar wert sein. Das ist mindblowing. Ich weiß, vor allem für Menschen, die sich gar nicht mit dieser Szene, mit diesem Teilsektor in Krypto beschäftigen oder für die das sehr neu ist, denken sich, wie können denn hier bitte irgendwelche Bilder, ja, Avatare, JPEGs, wie können die dann insgesamt über 20 Millionen Dollar wert sein und mehr wert sein als die ein oder andere Luxusvilla oder vielleicht sogar Yacht oder Privatjet. Und damit setzen wir uns jetzt heute auseinander, denn diese Person hat auf Twitter einen sehr langen Thread veröffentlicht, den wir uns jetzt gemeinsam durchlesen werden. Ich habe das natürlich persönlich schon durchgelesen, aber ich fand das Ganze so interessant, diese Sichtweise, dass ich dachte, das muss ich mit euch teilen, um einfach den einen oder anderen von euch, der erstens gar keine Ahnung hat, vielleicht so einen anderen Blickwinkel zu verschaffen, aber auch den Experten unter euch vielleicht die ein oder andere Bestätigung oder eben einen Denkanstoß einfach zu bringen. Deshalb wirklich für jeden interessant. Schaut euch das Video auf jeden Fall, wie natürlich jedes andere Video, vollumfänglich an. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Also er hat einen Thread erstellt mit dem ersten Tweet, wo er schreibt, On NFTs 2030, also seine Prognose ist für das Jahr 2030. Diese Theorieprognose, wie auch immer man das nennen möchte. Egal wie bullish du auf NFTs bist, du liegst falsch. You are insufficiently bullish. Du bist unzureichend bullish. 6529 has gone to the mountaintop and there is almost nothing in life that 6529 is as sure of as this. Sorry übrigens für mein Englisch in diesem Video. Ich hoffe, es ist okay. Also er ist sich unfassbar sicher. Er ist so tief quasi in dieses, wie nennt man das denn nochmal, ins Loch quasi gegangen. Ihr wisst schon, was ich meine. Dass er sich über nichts anderem im Leben so sicher ist wie das. Und das klingt erstmal schon mal wie eine Ansage. Ihr seht, der Tweet hat auch sehr viel Anklang. 9000 Likes. Das ist schon eine Hausnummer auf Twitter. Und zwar sagt er hier als erstes dann, first the usual anti-FOMO advice. The rest of this threat is giga-bull NFTs in general as a technology. Also es geht ihm um die Technologie dahinter und es ist unfassbar bullish. Aber erstmal anti-FOMO. This does not mean that you should ape into the PFP collection Silver Snails. Most individual NFTs are heading to zero. Also er sagt, hierbei geht es nicht darum, dass du jetzt sofort dein ganzes Geld nehmen sollst in die nächsten Silver Snails oder Boring Apes oder was auch immer Affen, Pandas, sonst was investieren sollst. Auf gar keinen Fall. Die meisten individuellen NFTs werden gegen Null gehen. Das sieht er hier auch genauso. Aber back to the main event. Und hier erstmal Storytelling über ihn selber. Er schreibt hier 6529. First came across Bitcoin in 2011 bis 2012 and ignored it. Er hat es erstmal ignoriert. It was not until August 2013 in my apartment in NYC when I actually engaged, read the white paper, downloaded a note, bought a Bitcoin and spent $20 of Bitcoin across the world. Also er kannte Bitcoin schon 2011, hat es ignoriert. 2013 hat er das erste Mal in seinem Apartment in New York sich ein bisschen Bitcoin gekauft, das White Paper gelesen und versendet. Und er hat dann direkt gemerkt, das schreibt er hier, it was an instant teleport to the future, but a very broad, expansive future. Also nicht teuer, sondern expansive Zukunft. Er sagt also, er hat direkt gesehen, das ist die Zukunft. Also er sagt, dieses Problem der Dezentralisierung, was Bitcoin gelöst hat, löst nicht nur das Problem in der monetären Welt, denn er sieht die Zentralisierung nicht nur beim Geld als Problem, sondern auch in ganz vielen anderen Sektoren. Und dazu kommen wir jetzt. Das hat der Bitcoin nämlich ja gelöst. All of those things are super important and the OG Bitcoin Decentralization Maxis with the Full Notes and the Paper Wallets are providing an invaluable public service, keeping a global, independent payment rail open and running. Er sagt, all das monetäre, finanziell, das ist unfassbar wichtig. Und all die ganzen OGs, die ihre Full Notes laufen haben und ihre Paper Wallets haben, da kennen wir den einen oder anderen YouTuber von. Kein Front an dieser Stelle, auch wenn da mal Schwachsinn erzählt wurde. Aber die erfüllen ihren Zweck, die machen das gut, was sie machen. Dafür ist Bitcoin da, dafür sollte Bitcoin stehen. There are centuries on our societal frontier. Sie sind Wachen an unserer gesellschaftlichen Grenze. Ja, kann ich genauso unterschreiben. Das Bitcoin-Netzwerk, die Dezentralität des Bitcoin und Zensurresistenz vor allem, das ist ja das Relevanteste beim Bitcoin, warum der Bitcoin die dezentralste Währung von allen Kryptowährungen ist, ist das Entscheidende und das Fundament, worauf eigentlich die gesamte Kryptowelt basiert. Und da kommen wir jetzt zu seinem Anspruch dazu. Und zwar sagt er, aber das ist nicht das Ende des Ganzen. Also er sagt, die moderne Gesellschaft läuft auf Datenbanken, die betrieben werden von TTPs, also vertraulichen dritten Parteien. Was sind diese TTPs? Sie sind überall. Der eine oder andere wird es sich jetzt schon denken. Im nächsten Tweet sehen wir es. Citibank, also Banken, Google, Facebook, New York, Hilton, Delta, Olive Garden, also Restaurants, Uber, Amazon, the Social Security Administration, your employer, the IRS, die NASA, alles wird von zentralisierten, vertrauenswürdigen dritten Parteien geleitet. Also er sagt, für eine moderne Gesellschaft, damit sie auf dieser Scale funktionieren kann, mit so vielen Menschen, brauchst du eben Datenbanken, die all das verfolgen, runterschreiben und verifizieren, was du machst, ob du verreist, ob du Geld verdienst, ob du abstimmst bei der nächsten Bundestagswahl oder dir ein Uber nimmst, essen gehst oder sogar ins Gefängnis gehst, egal was oder geblitzt wirst hier vielleicht. Das benötigt Datenbanken. Und in manchen Ländern wird das eben fortschrittlicher geführt, in manchen ein bisschen veraltet. Aber ich denke, diesen Grundansatz versteht jeder von uns. In diesem Kontext ist diese Partei, diese TTP, diese vertrauenswürdige Partei, die du vertrauen musst, zentralisiert ist, die, die entscheidet, was für Rechte du hast. Ob es jetzt um triviale Angelegenheiten geht, ob du jetzt essen darfst oder nicht, oder in das Uber steigen darfst oder nicht, oder warum auch immer, Autofahren darfst, oder ob es um wichtige Angelegenheiten geht, das wird von einer Partei entschieden, der du vertrauen musst. From if your hotel reservation is cancelled, or to whether you can wire more than 100k to your crypto exchange in a day, oder if you are allowed to vote in a presidential election. Also er erklärt es hier nochmal, also alles quasi auch, ob du abstimmen darfst in einer Bundestagswahl, das entscheidet diese Partei. Natürlich verifiziert sie dann eben halt deine Legitimität deiner Dokumente, aber diese Partei verifiziert das. We take it for granted because it has faded in the background of our lives, but databases run by TTPs rule everything around us. Also er sagt hier, wir nehmen das für selbstverständlich, weil es einfach in den Hintergrund gerückt ist. Aber diese Datenbanken, die von diesen TTPs geführt werden, die entscheiden alles um uns herum. Und es gibt Memes darüber, aber The Architecture and Machinery of Society in 2021 is an Oracle or Amazon Database. Also die Architektur unserer Gesellschaft in 2021 ist eben eine Amazon Datenbank. Okay, so what? What is the big deal with TTPs? Also was ist das große Ding jetzt nun mit diesen TTPs? There is a micro and a macro problem with modern TTPs. The micro problem is that they tend to be anti-competitive. Computers lead to economics of scale in data and infrastructure, so firms tend to grow. Also er sagt, es gibt ein Mikroproblem und ein Makroproblem mit diesen modernen TTPs. Und er sagt, das Mikroproblem bei dem Ganzen ist, dass sie anti-Konkurrenz sind, quasi dass sie Konkurrenz verschlechten. Der Grund darin liegt in der Ökonomie der Sache, denn umso mehr Leute partizipieren, umso größer wird das Ganze, was es schwieriger für Konkurrenz macht, wenn wir jetzt beispielsweise an Facebook oder sonst etwas denken oder Regierungen oder was auch immer. Du hast dann nicht mehr so viele Auswahlmöglichkeiten, weil es schwieriger ist zu etablieren, weil eben die Anzahl der Menschen das Ganze auch entscheidend macht irgendwo. And as they grow, they build a huge installed base of data and data infrastructure that is the main competitive barrier to entry in any modern business. Also umso größer sie werden, diese TTBs, umso mehr Daten sammeln sie. Und diese Masse an Daten ist eben die Einstiegshürde in jedem modernen Geschäft. Sei es Social Media, sei es Uber, sei es Essenslieferanten. This is why the antitrust regulators know there is something problematic with FANG, but can't find it. Also er sagt, das ist das, warum eben die ganzen Regulatoren die Probleme mit den Big Four oder Big Five, hier Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google sehen. Aber sie können es nicht so richtig finden. Sie können es nicht so richtig, dieses Problem nicht so richtig lösen. The answer isn't to force them to lower prices, anyway a lot of their products are free, or to try and tell them which products they are allowed to build or not. These are 19th century solutions to a 21st century problem. Er sagt, die Antwort darauf ist es nicht, diese Leute dann einzuschränken und denen zu sagen, hey, du musst das für günstig verkaufen oder vielleicht da einzugreifen und zu sagen, diese Produkte darfst du nicht machen, weil das sonst zu gefährlich sein könnte. Das sind, sagt er, Lösungen aus einem 19. Jahrhundert zu einem 21. Jahrhundert Problem, beziehungsweise Lösungsansätze, eher gesagt, sind ja keine Lösungen. Also er sagt, wenn er der Regulator wäre, dann würde er das auf einem anderen Wege lösen und er hat eine Idee auch dafür, die wird er uns jetzt wahrscheinlich nennen. Also er sagt, die Lösung des Problems liegt daran, diese Gesellschaften, diese Companies, diese großen Regierungen auch und Geheimagenturen zu zwingen, ihre Daten, alle Daten zugänglich zu machen. Und zwar in Gänze. Der Rest wird der Markt dann klären. Weil dann setzt sich nicht der um mit den meisten Daten, sondern der, der das Beste daraus macht und dann hat jeder die Möglichkeit, was daraus zu machen. Lassen wir das jetzt erstmal so stehen. Ich bewerte das jetzt an der Stelle erstmal nicht. Das ist ja seine Aussage. The macro problem with TTPs and the increasing centralization they provide is that they are increasingly creating easy chokeholds to hijack the whole society. Und hier wird es entscheidend und wichtig. Er sagt nämlich, das Makroproblem, wir haben uns jetzt mit den Mikroproblemen auseinandergesetzt, aber das Makroproblem, man könnte auch sagen, das Metaproblem mit TTPs ist, dass diese erhöhte Zentralisierung durch die Masse an Daten beispielsweise eben das Risiko erhöht, dass wenn das System gehijackt wird, wenn jemand von außen in das System reinkommt, der nicht in das System sollte, das ganz einfach ausnutzen kann und die gesamte Gesellschaft Schaden davon trägt. People have a hard time thinking about this in abstract terms, so we need to do examples. Also er möchte jetzt hier Beispiele dafür geben, weil es schwierig ist, für viele das zu greifen und zu verstehen. Imagine Taxis 10 years ago, a fully decentralized industry that knew effectively nothing about their customers. Also stellt euch Taxis vor 10 Jahren vor, es war eine voll dezentralisierte Industrie, bei denen die Taxiunternehmen auch nicht viel über ihre Kunden wussten. Du hast angerufen, ein Taxi bekommen, der kannte dich nicht, du hattest keinen Zugriff auf sein Profil, seine Bewertung, es war dezentral. Das heißt, ein zukünftiger Diktator könnte ihn daran hindern, ein Uber zu benutzen, weil er seine Daten hat, seinen Account hat, diesen sperrt und mit dem kann man dann kein Uber mehr buchen, aber nicht daran hindern kann, in ein Taxi zu steigen, weil er da ja einfach Cash zahlt und die Person kennt ihn ja nicht. The same thing applies to Facebook, Apple, Amazon and Microsoft. They're amazing businesses and I use the products daily, they've brought tens of trillions of dollars to utility into our lives, but they can be hijacked by people with guns. Also er sagt, das gleiche gilt eben auch für Facebook, Apple, Amazon und Microsoft. Es sind unfassbare Businesses, er liebt die Produkte, er benutzt sie täglich, sie haben viel Geld in unser Leben gebracht und in die Wirtschaft, aber sie können gehijackt werden, sie können übernommen werden von Menschen mit Waffen. Also er denkt, dass der Staat und Regulatoren viel zu sehr über die kleineren Tag-für-Tag-Risiken, über die Mikroprobleme nachdenken, als über die Metaprobleme, die Existenzrisiken des ganzen Systems dahinter. Die Day-to-Day-Risks sind Kriminalität, Drogen, Geldwäsche, Steuerhinterziehung oder Terrorismus, aber die existenziellen Risiken sind Diktatoren. Leute, die die Macht dann ergreifen, die das System hijacken und das ganze System für sich selber ausnutzen. I'm sure there was crime and tax evasion in pre-Hitler Germany and in pre-Stalin Russia and in pre-Mao China Also er sagt, er ist sich sicher, es gab auch Kriminalität und Steuerhinterzug und so weiter vor 1944 in Deutschland, vor Stalin in Russland und so weiter, aber all diese Dinge, sprich die ganze Kriminalität, die ganze Steuerhinterzug und so weiter, Das hat ein Prozent der Probleme verursacht, der Tode verursacht und der kulturellen Zerstörung verursacht, die tatsächlich verursacht wurde dadurch, dass der Staat hijacked wurde von diesen genannten Personen, dass der Staat übernommen wurde von einem Diktator, der dann böswillig mit dem Organ des Staates machen konnte, was er wollte. Und das müsst ihr jetzt auf alle anderen Teile unseres Lebens, die sich immer mehr digitalisieren, immer mehr zentralisieren und eben von TTPs, vertrauenswürdigen Dritten, geleitet werden, einfach mal übertragen und versuchen, das Makroproblem zu begreifen, die existenziellen Risiken. Dann zitiert er jemanden, Das können wir mal übersetzen. Diejenigen, die die wesentliche Freiheit aufgeben würden, um ein wenig vorübergehende Sicherheit zu kaufen, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit. Ist eines der wichtigsten Dinge, die jemals zu diesem Thema geschrieben wurde. Okay, lassen wir so stehen. Ich denke, das sollte mittlerweile jeder verstanden haben. Es ist natürlich wichtig, diese Tag-für-Tag-Probleme, diese Mikroprobleme auch zu lösen. Und er sieht, er ist auf gar keinen Fall Fan von Kriminalität. Denn er sagt, diese Bemühungen, dahingehend das Ganze immer mehr zu zentralisieren, sind zweiseitige Schwerter. Denn die verringern zwar das Risiko von Tag-für-Tag-Risiken, aber sie erhöhen das Risiko dafür, was passieren könnte, wenn jemand das ganze System hijackt, das ganze Organ hijackt. Also er sagt, er ist darüber besorgt, dass die Welt quasi schlafwandelt in eine hochzentralisierte Welt mit hochzentralisierten Systemen und niemand eben sich Gedanken um die andere Seite der Gleichung macht. Also er sagt, China ist quasi schon über dem Hügel, da ist es schon sehr, sehr schwierig. Und USA und Europa sind auch dabei in die richtige Richtung zu gehen. Also, so Pause and Recap. Pause und Recap. A. BTC-Soft Decentralized Consensus. Erstmal hat Bitcoin den dezentralisierten Konsensus. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die Gegenmöglichkeit, die Gegenlösung zu zentralisierten Systemen. Denn ein Konsensus muss nicht zwangsläufig ein Mining-Konsensus sein, der quasi der Konsensus als Sicherheitssystem für ein Finanzsystem ist, sondern auch eben für andere Dinge. B. Centralized Consensus is everywhere. Wir haben diesen zentralisierten Konsensus überall in unserem täglichen Leben, in jeder großen Organisation. Und C. TTPs cause micro-problems, anti-competitive and macro-problems. Present existential risk. Also diese TTPs, die verursachen Mikro- und Makro-Probleme. What does any of this have to do with JPEGs? Was hat das jetzt mit irgendwelchen JPEGs-Bildern zu tun? So, da kommen wir jetzt endlich mal zu. Starting 2013, 6529 has been harassing everyone he can find, including himself, that we can now build decentralized social systems. And yet every year since then, 6529 has been quite disappointed what decentralized systems we have built. Also, seit 2013 hat er anscheinend jeden und auch sich selbst darüber genervt, dass wir jetzt endlich dezentrale soziale Systeme aufbauen können, aber ist sehr enttäuscht darüber, dass immer wieder nichts Innovatives dazu kommt. Der Grund dafür, the reason has been, that crypto has been highly financialized. So, A, the infrastructure has become centralized, also über Exchanges und so weiter. Und B, tons of good ideas are securities violations in the USA, including many ideas 6529 would have done. Also, erstens, die Infrastruktur ist sehr zentralisiert durch die ganzen Exchanges, weil das alles, weil Krypto alles unfassbar finanzialisiert wurde. Finanziell, keine Ahnung, ob das das deutsche Wort dafür ist, aber es geht ja eben nur um Finanzen. Und deshalb fallen eben die meisten guten Ideen, die einen Token involvieren, eben in Wertpapiergesetze in den USA, in Deutschland, überall und hindern dann eben die Leute daran, diese Idee durchzuführen. Jetzt sagt der 26. So, what do our JPEGs have to do with this? Erstens, they're decentralized. Erstens, dezentralisiert. Zweitens, they're constitutionally protected free speech. Dadurch, dass sie Kunst sind, sind sie seiner Angabe nach verfassungsrechtlich geschützte, freie Meinungsäußerung. C, sie können die Nuance dieser Welt darstellen, die nicht von Giebel ist, sprich die Zukunft nicht tastbar auf einer Blockchain digital. D, they can be used to build decentralized social organizations. Und das ist der entscheidende Part. Denn sie können dafür genutzt werden, dezentrale soziale Organisationen zu bilden. Nächster Tweet. Let me give you a preview of where we are headed. Und jetzt hat er hier so ein Bild mit so einem Zeitstrahl, wo er schreibt NFTs und 2020, wo wir sind und wo das Ganze führen wird, seiner Meinung nach. Und zwar sind wir hier ganz am Anfang Collectibles. Damit geht das Ganze los mit Kunst erstmal und Collectibles. Er sieht NFTs und deren Use Case auf jeden Fall deutlich über dem Kunst-Ding. Und zwar beginnt das Ganze mit Collectibles. Dann geht der Übergang zu Kunst, zu Art, danach Gaming, danach Brands, Culture, Kultur, Metaverse, Off-Chain Assets, Off-Chain Governance. Off-Chain Regierung, okay. 20, 30. Das ist die Zukunft, die er sieht bei NFTs. Er schreibt darunter, NFTs will be the financialization transport layer for intangibles first, then Off-Chain Assets second. The addressable market is society and culture first and the entire economy second. Also er sagt erstmal, wenn sie sich mit den Intangibles auseinandersetzen, mit den Dingen, die eben nicht tastbar sind, mit denen die digital dezentral gelagert werden können. Und dann werden NFTs auch an die Off-Chain Assets, also echte Dinge in der echten Welt, anknüpfen und nicht nur im Metaverse sich befinden. Das heißt, der adressierte Markt, das heißt, der adressierte Market, die adressierte Zielgruppe ist erstmal die Gesellschaft und die Kultur und dann die gesamte Ökonomie. Lassen wir das erstmal so stehen. Nächster Tweet. The addressable market for NFTs is not a subset of the art market, but in the first phase all societal intangibles. Also er sagt hier, die Zielgruppe und der adressierte Markt für NFTs ist nicht nur eine kleine Teilmenge des Kunstmarktes, sondern in der ersten Phase jeder kulturellen und gesellschaftlichen Unantastbarkeit, jedem digitalen Objekt, was du besitzen kannst, ob es ein digitales Zertifikat ist über Kunst oder über Musik oder über Rechte oder Lizenzen, all das sind Zielgruppen oder der adressierte Markt für NFTs. These represent tens of trillions of value and are the coordinating mechanisms of societies. Also er sagt, diese stellen einen Wert von mehreren 10 Billionen dar und sind der koordinierende Mechanismus der Gesellschaft. It is obvious that NFTs are the internet moment for art. Also es ist offensichtlich, dass dieses ganze NFT-Ding, dieser Internet-Moment, Internet-Durchbruch quasi für Kunst ist. The art establishment is going to get flipped because it is behaving exactly as conventionally as any other incumbent. Das Kunstestablishment wird quasi geflippt, wird ausgetauscht, weil es sich genauso konventionell verhält wie jeder andere vorher etablierte Anbieter. Es ist amüsant, in diesem kreativen und gegenkulturellen Feld zuzuschauen. But one massive mistake people make, including some of my best friends in crypto, including 2011 to 2013 crypto OGs, is thinking that the scope of NFTs is art. Also er sagt, ein großer, fundamentaler Fehler, den alle machen, auch seine besten Freunde, auch OGs, die schon lange am Start sind und die Bitcoin-Maximalisten sind, ist zu denken, bei NFTs geht es nur um Kunst und das ist quasi alles. Kunst ist nur ein subset of a societal intangible. Also Kunst ist wirklich nur ein Teilbereich von gesellschaftlichen Intangibles, Unerreichbarkeiten. Ich weiß nicht, was da die richtige Übersetzung ist, leider. Immaterielle Werte. Sorry, Leute, da habt ihr die richtige Übersetzung. Denkt euch einfach jedes Mal, wenn ich Unerreichbar oder Untastbarkeit gesagt habe, immaterielle Werte. Da ist mir der Begriff einfach gerade nicht gekommen. Die innovative Teilmenge, aber eine Teilmenge. Okay. Also er sagt, nachdem sie die Kunst quasi ersetzt haben, werden NFTs anfangen, Brands, Marken aufzuessen. Danach die Kultur und danach werden sie dezentrale Alternativen zu zentralisierten Organisationen bilden. Denn, wie meint er das Ganze für die, die jetzt den technischen Aspekt dahinter nicht richtig verstehen? Wenn du NFT hast, dann ist das ein One of One. Du könntest beispielsweise, oder wenn wir das Beispiel auf den Bundestag übernehmen, sagen wir, es gibt 600 Sitze und jeder Bundestagsabgeordnete hat ein NFT, was sein Stimmrecht ausmacht. Und dieses NFT ist ein Token, ein One of One, das nur eher so hat. Das heißt, jegliche Interaktion mit diesem NFT, jede Abstimmung, all das ist nachvollziehbar über die Blockchain und es ist nicht manipulierbar. Es kann ihm niemand das Ganze wegnehmen. Wir haben da ja etwas Glück, in Deutschland geht das sowieso nicht so easy. Aber die Struktur, das, was in einer Datenbank stehen würde, sein Zugriff beispielsweise zum Bundestagsgebäude, das läuft dann über eine dezentrale Blockchain statt über einen zentralisierten Anbieter, den man vertrauen muss. Das ist ein sehr simples Beispiel dafür, aber um das Ganze vielleicht irgendwie so ein bisschen zu verbildlichen. Und ihr dürft jetzt wirklich nicht nur in Deutschland denken und in Deutschland haben wir diese Probleme ja nicht und die Regierung macht nicht einfach das, was sie will. Dafür gibt es eh viel zu viel Bürokratie. Ihr müsst in the large picture, Historie, Vergangenheit, menschliche Geschichte bis Zukunft denken. So, that will be the next phase. NFTs will be used by companies and decentralized organizations to organize their communities. Also er sagt, das wird die nächste Phase sein. NFTs werden von Companies, von Unternehmen und dezentralisierten Organisationen dafür genutzt werden, ihre Community, ihre Mitglieder zu organisieren. Unlike Customer Databases, they are public, they are composable, they are uncensorable. Also anders als eben normale Datenbanken sind sie erstens erfindlich, sie sind, was auch immer er mit composable meint, ich denke einfach übertragbar, mitnehmbar, einfach zu verwalten. Und sie sind nicht zensierbar, sie sind zensurresistent. They solve both the micro and the macro problem with TTPs. Also sie lösen, NFTs lösen beide Probleme. Nicht nur die Mikroprobleme eben, sondern auch die Makroprobleme. Denn wenn diese Organisation oder vielleicht sogar das Staatsorgan aus einer dezentralisierten Organisation befindet, dann kann nicht einer kommen. Egal wie viele Waffen er hat, er kann nicht das System unter seine Finger greifen, weil es dezentral ist. Und weil alles, was da drauf läuft, alle Permissions, beispielsweise du steigst in Uber, dein Account nicht ausgeschlossen werden kann. Vorausgesetzt, es läuft auf einem wirklich dezentralen Netzwerk und nicht auf einer Blockchain, bei der teilweise, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wie bei Cardano, da ist es ja dann möglich, dass eben die Tokens, die auf Cardano laufen, wo man sagt, okay, das läuft auf einer dezentralen Blockchain, aber Tokenersteller können dann einschränken, wer die Tokens benutzen darf und können theoretisch sogar Accounts freezen. Das ist nicht dezentral. NFTs, die auf einer dezentralen Plattform laufen, wo keiner eingreifen kann, die sind dezentral. If you want to go provide some service to the Bored Ape Yacht Club Community, I do not have to ask permissions of Yuga Labs, I can just airdrop to the holders or use Bored Ape Yacht Clubs as a Mint Pass. Also sagt, wenn du beispielsweise diesen Besitzern vom Bored Ape Yacht Club, der NFT Serie, diesen Affen, der Community irgendeinen Service anbieten willst, dann musst du nicht die Founder fragen, quasi die, die das erschaffen haben, sondern du kannst direkt an die Adressen der Holder airdroppen, ihnen irgendwas zusenden oder sagen, hey, auf meiner Seite kriegst du nur Zugriff, wenn du einen besitzt und das kann ja dieser eigene einzelne Besitzer selber nachweisen, nur mit seinem Wallet. This solves the micro problem with TTPs, no antitrust regulators need it. Er sagt, das löst das Mikroproblem, denn es braucht keine Zwischenpartei. On the macro side, if I were a potential dictator, same problem. I cannot easily freeze the movement of Bored Ape Yacht Clubs because they run on Ethereum, not in a customer database of Yuga Labs. Also er sagt, das Makroproblem löst er auch, denn wenn er ein Diktator wäre und sagen würde, hey, ab jetzt alle, die diese NFTs besitzen, dürfen diese nicht mehr transferieren, kann er nicht machen. Denn er hat keinen Zugriff darauf, weil es auf Ethereum läuft und nicht auf einer Datenbank, die irgendwo in einem Server sitzt, wo man dann quasi jemanden dafür ins Gefängnis mitnehmen kann, sondern eben auf einem dezentralen Computernetzwerk über die gesamte Welt verteilt. It is vastly more difficult and impractical problem to chase down every individual. Es ist viel schwieriger, jeden dann einzeln versuchen zu tracken und nachzujagen, als einfach Zugriff über das ganze System zu kriegen. Und dieser Zugriff, diese Möglichkeit ist dann nicht mehr da. And this is the intermediate stage. In time, our metaverse of persistent digital objects will become more and more real until it becomes our default reality. Also er sagt, das hier ist gerade die Zwischenstufe. Mit Zeit wird unser Metaversum persistenter digitaler Objekte immer realer, bis es zur Standard-Realität wird. Das lassen wir jetzt erstmal hier so stehen. Ich denke, das ist die Zukunft, meine persönliche Meinung. Aber wie gesagt, seine Aussagen hier an dieser Stelle. Natürlich muss man das alles differenzierter und auch im Detail jedes einzelne Wort nochmal müsste man besprechen. Aber wie gesagt, wir lassen das jetzt mal so stehen. This will also run on NFTs and will be our default reality. Er sagt, also alles wird auf NFTs laufen und es wird unsere Standard-Realität sein. Critical to be decentralized. Also es ist kritisch und wichtig, dezentral zu sein. Then comes that stuff that is less interesting. Conceptually 2652. Will we bring movie tickets, vacation rentals, hotel reservations, home sales and so on to NFTs? Yes, of course. And will be good for market efficiency. Also jetzt kommt es zu den nicht so wichtigen Sachen für ihn. Ob man jetzt Kinokarten oder Vacation Rentals oder Hotelreservierungen auch auf NFTs bringt? Ja, natürlich. Und es wird auch der Markteffizienz beitragen. Dadurch, dass eben offener, dezentraler und einsehbarer ist alles. Aber das ist jetzt nicht das, was jetzt sein Hauptfokus ist. Übrigens, wir sind fast am Ende, falls ihr irgendwie es eilig habt. Aber schaut unbedingt bis zum Ende. But all off-chain assets will require a trusted third-party linkage to become on-chain. Also er sagt, das Problem ist, alle off-chain assets, wie beispielsweise mein Handy. Oder was habe ich hier für einen Gegenstand? Ich habe jetzt hier eine Festplatte beispielsweise. Wenn ich wollen würde, dass ich ein Zertifikat dafür kriege, on-chain, dann muss das ja irgendeine vertrauenswürdige Partei für mich zertifizieren, damit es on-chain kommt für diesen Übergangsprozess. So these bringing your Cancun rental on-chain will solve economic efficiency problems in a normal way, but not any fundamental problems of liberty and societal organization. Also er sagt, das bringt zwar der Ökonomie was, der Wirtschaft was, weil dadurch eben alles einsehbarer ist, die Daten. Aber wenn du das trotzdem über ein TTP machen musst, dann löst das keine grundlegenden Probleme der freien und gesellschaftlichen Organisationen. By the way, all of this points to where the next angle of system attack will be on crypto. And that is non-custodial wallets. Und jetzt wird es gefährlich. Er sagt, das zeigt alles in die Richtung, wo die nächsten Angriffe auf Krypto sein werden. Also von Behörden, Geheim-Agencies oder welche Parteien es da noch so gibt. Wollen wir sie jetzt nicht alle beim Namen nennen. Und zwar darum, non-custodial wallets anzugreifen. Quasi es illegal zu machen, dass du deine Bitcoins auf deinem eigenen Wallet besitzen darfst, sondern du musst sie bei irgendwem besitzen, der da halt drüber schauen kann und im Notfall auch eingreifen kann. Das darf nicht passieren. Both the USA and EU are floating different attacks on non-custodial wallets. This is the only regulatory battle we must win. Er sagt, das ist das einzige Battle, was wir gewinnen müssen. Denn das nimmt uns sonst die Freiheit. Und er weiß, und natürlich läuft alles über Exchange, wenn du Bitcoins kaufen willst, musst du sie über ein TTP kaufen. Aber es gibt natürlich auch andere Wege, wie beispielsweise Cash, jemandem Geld zu geben. Der gibt dir dann Bitcoin, dann weiß niemand, wie viel du hast. Das soll jetzt hier keineswegs irgendwen zur Geldwäsche oder sonst was anstiften. Aber ihr wisst den Gedankengang von ihm. Und sobald du das dann hast, kannst du es dann wieder bridgen. Hast es auf Ethereum, kannst dann auf Ethereum bei Uniswap traden, in was du willst, in US-Dollar. Also aktuell ist alles noch dezentral möglich. Aber sobald die Möglichkeit genommen wird, sobald es wirklich keinen Weg mehr vorbeigibt an einer TTP, an einem Auge, was alles von oben betrachtet, ist der Kampf verloren. We can concede everything else and still win. Where the DeFi Governance Token X is a security, who cares? We simply need to maintain right to hold crypto directly, not in a TTP, and transact reasonably without insane recordkeeping requirements. Also er sagt, wir können quasi alles andere verlieren. Ob jetzt ein DeFi Governance Token ein Wertpapier ist und entsprechend reguliert werden muss, das ist ihm egal. Aber er braucht das Recht oder wir brauchen das Recht dazu, unsere eigenen Kryptowährungen selbst zu halten und nicht in einem TTP, in einem Wallet, was online von irgendwen geführt wird und auch in der Lage sein, das auch transferieren zu dürfen in einer Menge, die dann halt auch machbar ist. Sagen wir jetzt nicht, alles über 200 Dollar muss getrackt werden, das wäre albern. If we can preserve this, which is not a one fight, it is a fight that just has begun, then JPEGs can take us to the rest of the way to Valhalla. Also er sagt, wenn wir das schaffen, das zu behalten, dieses Recht, was immer noch kein gewonnener Kampf ist, sondern der Kampf beginnt jetzt erst, dann werden uns JPEGs und NFTs den restlichen Weg begleiten in die Valhalla. We can absolutely organize decentralized organizations with JPEGs without violating any security laws. Also er sagt, wir können auf jeden Fall dezentralisierte Organisationen mit NFTs, mit Bildern, mit JPEGs führen, ohne irgendwelche Gesetze wegen Wertpapieren zu missachten. And if we can do it, then the magic of the network, of the collective intelligence of humanity will take us the rest of the way. Also er sagt, und wenn wir es dann geschafft haben, dann wird uns die Magie des Netzwerks, der kollektiven Intelligenz der Menschheit zum Restziel bringen quasi. Und jetzt glaube ich, kommt der letzte Tweet, nee, der vorletzte. This is what 6529 is here for. I like art and I like making friends and I like O and A or beautiful arts and I like it when the EAT number on my NFT holdings goes up, but I like those things in a normal way. Like I like going to a nice dinner. Also er sagt, ja, er mag das, er mag es, wenn er Wertanstiege sieht, er mag es, wenn er sich etwas anschaut und er findet es cool, aber er mag es genauso wie er es mag, halt essen zu gehen. Der Grund, warum er so laserfokust darauf ist, the reason that 6529 is laserfokust right now is that there is a narrow window where we can bend the arc of history where we can change the path of world history. Also hier auf jeden Fall sehr, ja, gehobene Ansprüche, Worte. Und zwar sagt er, der Grund dafür, dass er so laserfokussiert darauf ist, ist, dass wir aktuell ein kleines Zeitfenster haben, in dem wir quasi den Bogen der Geschichte wiegen können und den Weg der Weltgeschichte ändern können. I've not felt this way since 2013, when 6529 played a small role in BTC's Development into what it is. Also er hat anscheinend 2013 ein bisschen was an Bitcoin mitentwickelt und er hat sich seitdem nicht mehr so gefühlt. Dann schreibt er jetzt beim letzten Tweet, this is enough for today, read this, absorb it, read it again, this is the underlying theory, take a day or two to digest it und so weiter und so fort. Also das ist die Theorie. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles geschaut, ich weiß, es ist ein bisschen länger, aber es hat sich, denke ich mal, auf jeden Fall gelohnt. Unfassbar interessant, unfassbar interessanter Denkanstoß. Ja, was soll ich euch sagen? Ich persönlich sehe das in gewissen Teilen genauso. Wenn ihr jetzt mich nach meiner persönlichen Meinung fragt an dieser Stelle, ich denke auch, dass das die Zukunft ist. Ich denke auch, dass das eine gute Anbindung ist. Da lauern natürlich noch sehr, sehr viele andere Gefahren und ja, Probleme wie Geldwäsche oder Gefahr, dass man gescammt wird, weil eben so viele Scams aktiv sind und so weiter. Das besteht natürlich alles. Aber ich denke, das sind Probleme, Mikroprobleme, die überwunden werden müssen, um eben die Makroprobleme zu lösen. Ich sehe das eigentlich relativ ähnlich. Wie gesagt, das Video ist jetzt schon so lang. Ich will mich jetzt hier nicht noch 20 Minuten dazu ganz differenziert äußern und mit höchst bedachter Wortwahl, sondern super Ding. Wirklich super Threat hier an dieser Stelle. Ich finde, das sollte jeder gesehen haben. Falls ihr irgendeinen Freund habt, der das noch nicht verstanden hat, NFTs, wofür das eigentlich steht und warum es eigentlich relevant ist, schickt ihm dieses Video. Ich bin, wie ihr wisst oder gesehen habt, ein bisschen zurückhaltender immer bei dem, was ich teile. Bei mir ist das auch, würde ich sagen, als einer der wenigen Krypto-Influencer so im deutschsprachigen Raum oder vielleicht auch im englischsprachigen Raum. Ich mache nicht nur Videos, um Videos zu machen, sondern ich mache Krypto. Ich lebe Krypto. Ich kaufe NFTs, verkaufe NFTs, auch jetzt in letzter Zeit mehr. Ich teile aber nur 10% davon oder 5%, vielleicht sogar noch weniger auf meinem Krypto-Kanal. Sprich, ich bin Krypto. Jeden Tag von morgens bis abends und mache Krypto und teile das dann am nächsten Tag in der Früh mit euch. Und nicht umgekehrt, sondern ich belese mich und rede über NFTs. Aber ich habe selbst noch nie eins gekauft, sondern quasi ganz andere Welt. Ich bin aber immer zurückhaltender gewesen, weil ich erstens keinen Bock habe auf Stress mit irgendwem, sei es Regulation, sei es Sicherheit oder sonst irgendetwas. Weil es vor allem sehr riskant ist, natürlich auch diese ganze NFT-Thematik, das überhaupt zu verstehen und so weiter. Ich bin kein Anlageberater. Ich mache mein Ding und erzähle euch dann meine Meinung. Und dabei soll es auch bleiben bei diesem Kanal. Ich will auch, ihr wisst ja, meine Transparenz, ich habe noch nie für irgendein Projekt Werbung gemacht. Und das will ich auch weiter so behalten, keine Sorge. Aber, falls ihr Interesse daran habt, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr einzelne Projekte teile. Ich habe ein, zwei Sachen gezeigt, aber auch im Nachhinein erst, nicht vorher, damit ich da auch auf der sicheren Seite bin. Wenn ihr da Interesse habt, lasst gerne ein Like da. Dann werde ich da versuchen, ein bisschen offener zu sein. Ich persönlich kann an dieser Stelle sagen, was NFTs angeht, ich bin nur auf Solana aktiv aktuell, weil ich da einfach das größte Profitpotenzial sehe. Weil ich denke, aktuell ist, genauso wie er das aus gesellschaftlicher und wir lösen jetzt hier fundamentale Probleme, sich sieht auf jeden Fall da auch eine Zeitachse ist, in der unfassbar viele Profite gemacht werden können, die sonst so niemals gemacht werden können. Deswegen bin ich da eher noch auf der monetären Seite vertreten. Aber ich verstehe den gesellschaftlich relevanten Aspekt dahinter und finde den auch super. Aber ich habe eben keinen Bock darauf, dass irgendwer von euch dann sein ganzes Gespartes in irgendeinem Müll-NFT steckt. Und bei mir ist es dann so, ja gut, dann sind die 500 Dollar halt weg. Es juckt halt nicht. Aber euch sollte es eher so sein, dass ihr erstmal Bitcoins in Teelung kauft, vielleicht tradest, ein Mikrohebelposition aufmacht, ohne Risiko. All diese Dinge erstmal Kapital beschafft, als dass ihr eben High Risk einfach in ein JPEG reingeht. Aber wie gesagt, falls ihr mehr dazu wollt, wie beispielsweise eine Anleitung, ich habe geguckt, auf YouTube gibt es gar keine Anleitung dazu, wie man richtig onboardet auf Solana. Lasst mal ein Like da. Natürlich keine Werbung, alles hier null bezahlt von irgendwem. Das zu dem Thema. Ich hoffe, wir haben das jetzt rund abgeschlossen. Kommentiert gerne mal eure Meinung. Jetzt nochmal ganz kurz, ey, wir sind schon bei 45 Minuten Ruhr auf den Hamme, zum Bitcoin-Kurs. Ich habe hier so ein kleines Fraktal eingezeichnet, wie ich mir vorstellen könnte, wie es aussieht. Ich sage euch ehrlich, das ist mehr so Bauchgefühl aus Erfahrung. Ich denke, dass wir einen kleinen Up-Move in Richtung 0618er Fibonacci-Level sehen werden, höchstwahrscheinlich noch. Dann vielleicht erstmal die Rejection, der kleine Shakeout unter unser 05er vielleicht leicht dippen werden. Und dann wieder mit ein bisschen mehr Volumen und Gegenwind dann dieses Level durchbrechen. Und ein neues Higher High, ein höheres Hoch hier verschreiben. Das wäre auf jeden Fall der bullische Weg. Ich denke, dann würden wir auch eher in Richtung neues Eilzeit-Druck hier natürlich nicht so. Es kann auch so aussehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Falls wir das hier durchbrechen sollten, unsere vorherige Support-Linie, die wir jetzt gehalten haben, dann geht es wieder runter hier auf diesen Bereich in diese Area zwischen 0382er Fibonacci-Level und eben unserem vorherigen Super-Support, wie man ihn nennen möchte, bei den 40.700, 41.000 Dollar. Und den sollten wir auf jeden Fall halten. Aber ich denke, falls wir jetzt hier nochmal runterkommen, sieht es eher nicht so gut aus. Könnte es sein, dass wir hier eben runterfallen. Dann wird es ein bisschen länger dauern, bis wir hochkommen. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal hier mein Take darauf. Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Kleiner Liquidity-Tab, Open-Liquidierung von zu overgehebelten Positionen, dann der Gegen-Move und dann der nächste Impuls nach oben. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Das war es von der heutigen Folge CryptoNews. Wir sehen uns morgen beim neuen Video. Peace.